Wie geht es nach der Entlassung von Hansi Flick beim DFB weiter? Am Dienstag, da trifft man ja schon auf Frankreich und da ist jetzt klar, da wird Rudi Völler erstmal auf der Bank Platz nehmen. Aber das soll nicht länger so sein, man möchte zeitnah einen neuen Trainer holen. Und jetzt hat man wohl schon Gespräche mit zwei Top-Kandidaten geführt, um möglichst zeitnah einen neuen Bundestrainer vorzustellen. Wer die Kandidaten sind und wie wahrscheinlich jeweils eine Anstellung als neuer Bundestrainer ist, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Und natürlich werden hier auch solche Themen rundum in der Nationalmannschaft behandelt. Aber damit gehen wir mal rein ins Video. Ein Name, der wurde als offensichtlichste Lösung und auch als absolute Wunschlösung in den letzten Tagen spekuliert. Und das ist eben der Name von Julian Nagelsmann. Er wäre natürlich vermutlich die offensichtlichste Lösung. Warum? Er ist ein deutscher Trainer, er hat Erfahrungen auf ganz, ganz hohem Niveau. Er ist ein Ex-Bayern-Trainer und allein letztiges reicht ja schon eigentlich, um deutscher Nationaltrainer zu werden. So zumindest war es öfters mal in den letzten Jahren. Und bei ihm, das ist einer dieser Kandidaten, mit denen schon konkrete Gespräche jetzt in den nächsten Tagen geführt werden sollen. Denn er gilt als absolute Wunschlösung. Er ist aktuell vereinslos, ist aber noch beim FC Bayern München unter Vertrag. Dort verdient er aktuell noch ca. 9 Millionen Euro pro Jahr und ist auch auf der Gehaltsliste der Bayern. Das bedeutet für den DFB, man müsste ihn quasi aus seinem Vertrag rauskaufen. Außer die Bayern verzichten, ähnlich wie es damals bei Hansi Flick war, auf eine mögliche Ablöse. Denn sollte der FC Bayern München wirkliche 15 bis 20 Millionen Euro fordern, wäre das wohl zu viel für den DFB. Denn sie würden aus wirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich eher nicht solche Endesumme ausgeben wollen. Denn da zum einen Hansi Flick immer noch hier auch 6 Millionen Euro pro Jahr beim DFB verdient und dann auch das Geld von Julian Nagelsmann dazukommen würde, das ist für den Deutschen Fußballverband einfach zu viel Geld. Und die andere Frage, die sich auch noch stellt, ist Julian Nagelsmann überhaupt bereit, schon Bundestrainer zu werden? Wie gesagt, er ist ziemlich jung, er ist gerade mal 36 Jahre alt, wäre damit einer der jüngsten Nationaltrainer jemals. Und würde da vielleicht auch schon irgendwie vielleicht so einen kleinen Knick in seine Karriere reinbekommen. Normalerweise kennt man es eigentlich, ist so der klassische Weg von einem Nationaltrainer, dass man, ich sag mal, sich auf Klubebene bis nach ganz oben arbeitet, da eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung sammelt und dann Richtung Karriereende nochmal mit sehr viel Erfahrung eine Nationalmannschaft übernimmt. Muss ja nicht immer so sein, könnte aber so sein, dass es auch hier so wird. Wie gesagt, Julian Nagelsmann, mit ihm sollen in den nächsten Tagen Gespräche geführt werden, ähnlich wie das auch beim nächsten Kandidaten ist. Und das ist wohl Matthias Sammer. Ja, der hat eigentlich schon Ewigkeiten nichts mehr groß mit dem Trainertum zu tun, denn seine letzte Trainerstation, die liegt fast 20 Jahre zurück. Er hat zwar in der Vergangenheit auch schon mal so ein bisschen DFB-Luft geschnuppert, er war DFB-Sportmanager von 2006 bis 2012. Aber er ist natürlich ein absoluter Fußballfachmann. Er ist wirklich sehr, sehr geschätzt, hat einen außerordentlich guten Ruf hier in Deutschland. Der ist ehemaliger Nationalspieler, Europameister von 1996. Und all das würde natürlich auch vielleicht, gerade wenn er dann wirklich seine Fußballfachkenntnisse hier auf die Straße bringen könnte, dafür sorgen, dass hier vielleicht auch Matthias Sammer ein ernsthafter Kandidat wäre. Und auch mit ihm soll in den nächsten Tagen ein Gespräch geführt werden. Ob er sich das Ganze vorstellen kann, ob er das vielleicht mit jemand anderem gemeinsam macht, ob er quasi, weiß ich nicht, Co macht, ob er den ersten Trainer macht und so weiter und so fort. Das will Rudi Pöllern in den nächsten Tagen abklären und erst dann sich mit weiteren Kandidaten beschäftigen. Und einer dieser Kandidaten, das wäre das absolut Beste für Deutschland, meiner Meinung nach. Denn das wäre die Anstellung von Jürgen Klopp als deutscher Nationaltrainer. Und da fragen sich vermutlich jetzt einige von euch, Jürgen Klopp, wie soll das denn funktionieren? Der ist doch bei Liverpool unter Vertrag. Ja, das würde tatsächlich in dem Sinne funktionieren, wenn er sich zutrauen würde, eine Doppelfunktion zu machen. Das ist alles so ein bisschen Wunschdenken auf jeden Fall. Das ist noch nicht klar, wie Klopp dazu steht. Aber wenn Jürgen Klopp hier, ich sag mal, das nebenbei handeln könnte und dann vielleicht ab Mai sich wirklich, wenn die Saison mit Liverpool rum ist, sich intensiv nur mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt und dann vielleicht auch ab 2024 komplett den deutschen Nationaltrainer macht, dann wäre das meiner Meinung nach der absolut beste Trainer. Denn wir suchen hier einen Trainer, der eine Nation bewegen kann, der die Fans mit sich reißt. Und das ist definitiv ein Jürgen Klopp. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Bemühungen des DFB, die sind nahezu aussichtslos. Eigentlich möchte er seinen Vertrag, der bis 26 noch bei Liverpool läuft, erfüllen. Und danach auch, das hat er mir jetzt nochmal betont, dass er selbst nach einer unfreiwilligen Trennung sollte entlassen werden oder sich vorzeitig dafür entscheidet, mindestens mal ein Jahr Pause machen möchte, bevor er die nächste Trainerstelle annimmt. Und das wäre natürlich jetzt mit einer Doppelbelastung Nationalmannschaft und Liverpool. Da müsste auch Liverpool mitspielen. Also das ist alles hier, wie gesagt, so eine Wunschlösung der deutschen Funktionäre und auch wahrscheinlich der deutschen Fans oder auch von mir. Aber wahrscheinlich auch die aussichtsloseste. Aber wenn das irgendwie funktionieren könnte, wäre das für mich auf jeden Fall die absolut beste Lösung. Ein weiterer Name, der sich tatsächlich so ein bisschen selber aufs Radar gebracht hat, das ist Louis van Gaal. Und das wäre auf jeden Fall eine ziemlich große Überraschung, denn die deutsche Nationalmannschaft hatte eigentlich fast noch nie einen Trainer aus dem Ausland. Man ist eigentlich fast immer mit Deutschen gegangen. Von daher wäre das eine ziemliche Überraschung, aber eine Sprachbarriere gäbe es schon mal nicht. Denn er spricht Deutsch. Er war ja auch schon von 2009 bis 2011 Trainer vom FC Bayern München. Also hier wieder ein absoluter Ex-Bayern-Trainer. Das ist ganz, ganz heiß. Und er hat sich auch so ein bisschen selber, ich sag mal, eigentlich in Position gebracht, dass er hier zumindest mal angefragt werden kann. Denn er sagte, normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein. Aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen. Das hat er jüngst im Gespräch mit der BILD ganz offen gesagt. Und das bringt ihn natürlich jetzt hier definitiv auf den Radar des DFB. Er ist mittlerweile 72 Jahre alt, hat natürlich auf jeden Fall einiges an Erfahrung. Er wäre auch ein Top-Trainer, dem ich auch den Job als deutscher Nationaltrainer zutrauen würde. Er war ja auch schon ein Nationaltrainer der Niederlande, hat sie da bei der WM 2014 tatsächlich sogar ins Halbfinale geführt. Und wie gesagt, offiziell eigentlich seine Karriere beendet. Aber für Deutschland möglicherweise würde er vielleicht nochmal zurückkommen. Ein Trainer, der seine Karriere noch lange nicht beendet hat und aktuell auch in der Nationalmannschaft trainiert, aber deutscher ist, ist Stefan Kunz. Denn er befindet sich auch auf der Wunschliste des DFB. Er ist aktuell Nationaltrainer der Türkei, das seit vorletztem Jahr und steht dort wohl kurz vor der Entlassung. Und das könnte jetzt die große Chance auf eine Rückkehr zum DFB sein. Was heißt Rückkehr? Er ist als Nationaltrainer der U21 tatsächlich von 2016 bis 2021 zweimal Europameister geworden. Also ihm stehen wahrscheinlich die Türen beim DFB offen. Und er genießt auch ein sehr hohes Ansehen im deutschen Fußball. Er ist taktisch sehr, sehr gut. Und einige Spieler kennen ihn, wie gesagt, von 2016 bis 2021 zweimal Europameister. Mit der U21, da sind jetzt einige Spieler auch mittlerweile natürlich Vollprofis geworden und stehen dann damit auch im Kader der ersten Nationalmannschaft. Und er hat natürlich ein gewisses Standing hier im deutschen Fußball. Er wäre, denke ich, auch eine ziemlich gute Lösung und wäre natürlich auch ein ganz klassischer Weg über die U21 dann in die Nationalmannschaft reingerutscht. Er hat sehr, sehr viel Trainererfahrung. Er hat natürlich noch nie jetzt eine A-Nationalmannschaft außer die Türkei trainiert. Aber ihm würde ich den Job definitiv auch zutrauen. Und ein Name, der auch noch auftaucht und immer wieder genannt wird, das ist der Name von Oliver Glasner. Denn auch er wäre grundsätzlich verfügbar seit seiner Entlassung bei Eintracht Frankfurt. Hat er ja keinen Job mehr. Er ist auf jeden Fall ein absoluter Top-Trainer. Er hat ja auch somit den Europa League Triumph 2022 mit der Eintracht gezeigt, dass er wirklich ein absoluter Weltklasse-Trainer ist. Er weiß, wie man aus Spielern eine Einheit formt. Und genau das ist ja auch entscheidend aktuell, dass man das mit der deutschen Nationalmannschaft schafft. Da wäre auch wieder ein etwas neuerer Weg, dass man einen Ausländer, also einen Österreicher für die deutsche Nationalmannschaft holt. Aber er hat viel Erfahrung. Er wäre frei und er ist natürlich der deutschen Sprache ganz normal mächtig. Von daher könnte das auch gut passen. Mit ihm wird sich auch im Hintergrund beschäftigt. Aber so richtig heiß ist es da aktuell nicht. Und es gibt noch eine letzte Option, die ich euch jetzt hier auch noch vorstellen möchte. Das ist die Option, dass das Trio weiterhin übernimmt. Das Trio, was jetzt aktuell übernimmt, in Form von Rudi Völler, von Hannes Wolf und eben auch von Sandro Wagner. Sie werden den Flickposten provisorisch jetzt erstmal für Dienstag übernehmen. Da wird Rudi Völler auf der Bank sitzen. Eine langfristige Lösung soll das eigentlich nicht sein. Aber jetzt wurde schon wieder gesagt, ja, wenn man eben nicht den absoluten Wunschkandidat bekommen würde, dann gäbe es hier auch die Möglichkeit, dass dieses Trio bis zu Euro 2024 im eigenen Land übernehmen könnte. Also diese Option gäbe es. Und wie geil wäre das, einen Sandro Wagner als Nationaltrainer zu sehen. Also wäre an sich schon lustig. Er hat nicht viel Erfahrung. Aber Rudi Völler könnte die Erfahrung wieder wettmachen. Hannes Wolf, von dem halte ich auch sehr, sehr viel. Ist ja auch hier wirklich schon lange im DFB-Geschäft eingebunden. Sport direkt am Nachwuchsbereich. Von daher wäre das auch schon eine relativ interessante Lösung. Muss man natürlich schauen, wenn das dann keine Zukunft hätte, dann hätte man sich beim DFB schon ein bisschen lächerlich gemacht. Aber wenn man dann, sage ich mal, die Option hätte, dass ab 24 zu Euro oder nach der Euro Jürgen Kloppe übernehmen könnte, dann könnte ich mir jetzt auch so eine provisorische Sache bis zum Sommer aus vorstellen. Und wenn man jetzt auf einmal dann morgen gegen Frankreich irgendwie mit 4 zu 0 gewinnt, ja, dann sagt noch einmal einer, dass Sandro Wagner nicht übernehmen soll. Also das sind die Kandidaten, wie gesagt, am heißesten gehandelt. Aktuell Matthias Sammer und Julian Nagelsmann. Das sind die Hauptkandidaten, die beim DFB jetzt gerade so, ich sag mal, im Auge sind. Und ich bin sehr gespannt, wer es dann letztendlich wird. Wer ist für euch der perfekte Trainer? Wer sollte Hansi Flick beerben? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Also für mich muss ich immer noch sagen, wäre Jürgen Klopp immer noch die beste Alternative. Wenn man den Mann irgendwie überzeugen kann, man auf Hände angekommen kommt und sagt, bitte Jürgen, mach das nebenbei. Weil hier, du brauchst auch hier wirklich nicht viel machen, der Völler, der Wagner, die unterstützen sich alle. Alle sind für dich da. Aber bitte rette Deutschland, dann muss Jürgen Klopp das doch irgendwie annehmen. So, hoffe ich zumindest, was es eurer Meinung geht in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.